Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wer jetzt erst eingeschaltet hat, mein Name ist Andreas Schlüter. Wir werden uns jetzt mit Power-Apps beschäftigen und uns ein paar Power-Apps-Vorlagen out of the box anschauen. Wer vorhin schon beim Frühstück dabei war, hat mich sicherlich schon gesehen. Ich habe heute leider das falsche Hemd an, wie man sieht. Ich habe hier so einen leichten Moray-Effekt. Ja gut, irgendwas ist ja immer von daher. Schön, dass ihr alle da seid. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne in den FAQ-Bereich. Bitte nicht in den Chat. Im FAQ-Bereich können wir sie besser einblenden und dann kann man sie besser bearbeiten. Genau, worum geht es heute? Ich habe schon kurz gesagt, Power-App-Vorlagen. Microsoft bietet ja nicht nur Microsoft, auch die Community, aber heute fokussieren wir uns mal um den Bereich, den Microsoft mitbringt. Microsoft bringt schon out of the box viele, viele Power-App-Vorlagen für den produktiven Einsatz mit. Und ich möchte euch heute ein paar vorstellen. Je nachdem, wie lange das dauert, wird es eine mehr oder weniger sein. Aber wir können uns die Vorlagen dann im Nachgang auch im Zweifel noch in einer anderen Session anschauen. Von daher würde ich jetzt einfach mal starten. Und ja, schauen wir uns mal an. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Andreas Schlüter. Ich bin ein bisschen im Microsoft 365-Bereich unterwegs, habe da schon mal ein bisschen was gemacht. Ihr dürft euch gerne mit mir vernetzen. Dort findet ihr den QR-Code von LinkedIn oder auch meinen YouTube-Channel. Vernetzt euch gerne mit mir. Ich bin immer fürs Netzwerken offen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Geschäftsprozess habt, die ihr mit der Power-Plattform lösen wollt, aber nicht so richtig weiterkommt, stellt eine Frage. Meistens schicke ich auch eine Antwort und dann sollte das klappen. Genau, ich bin auch sehr aktiv in der Community unterwegs, in der Microsoft-Community. Ich bin zum Beispiel als Mr. Power Magic in der Alex und Ragnar Show regelmäßiger Gast. Dort präsentiere ich zum Beispiel Fälle aus der Praxis, wie man die mit der Power-Plattform lösen kann, wie man sie dann sozusagen umbauen kann, dass man sie digitalisiert und automatisiert ablösen kann. Und ich bin noch Initiator von der einfach M365 Power Week, auch ein Format mit meinen zwei reizenden Kolleginnen aus der Community, Sandra Filser und Antje Lamartin. Wir machen ein Format für Endanwender, also für die End-User, nicht wenig Technik, sondern eher fokussiert auf das Anwenden. Die nächste Power Week startet am 13. März bis 17. März. Jeden Tag von 16 bis 18 Uhr gibt es mehrere Sessions, von daher schaut gerne rein und meldet euch an. Es ist kostenfrei natürlich und das Thema ist Produktivitäts-Lifehacks mit Microsoft 365. Immer wieder spannend. Genau, schauen wir uns mal die Vorlagen an. Es gibt verschiedene Kategorien, habe ich sie mal klassifiziert. Wir haben einmal Ready-to-Use-Vorlagen, also sprich, die man direkt, womit man direkt losstarten kann. Nein, die Power Week wird nicht aufgezeichnet. Nur wer live dabei ist, kann auch die Produktivitäts-Lifehacks nutzen. Genau, es gibt also Ready-to-Use-Vorlagen, die können wir direkt nutzen, sofort produktiv einsetzen und dann haben wir noch eine andere Form, ein bisschen so das Thema Easy-to-Implement. Die kann man, da muss man noch ein bisschen in die Hand anlegen, aber dann kann man sie einsetzen. Die erste App, die ich euch vorstellen möchte, ist die App Milestones oder Meilensteine, ist direkt auch verfügbar in Teams. Wir haben quasi sozusagen noch ein weiteres Aufgaben- oder Aktivitäten-Tool von Microsoft, ist vollkommen losgelöst von der regulären Tool-Welt, also sprich, hat mit Planner oder auch mit To-Do erstmal nichts zu tun, sondern ist es eine reine Power-App-Vorlage, die man nutzen kann. Kann man sehr gut für einfaches Projektmanagement in kleinen Teams nutzen. Wir haben ein Aufgaben- bzw. ein Aktivitäten-Tracking ist da mit bei. Der Fokus ist hier tatsächlich beim klassischen Projektmanagement auf die Meilensteine-Fokus. Also, dass ich mehrere Meilensteine anlegen kann und sozusagen den Fortschritt entsprechend sofort auf einen Blick erkennen kann, wann habe ich meinen Meilenstein erreicht. Auch hier habe ich die Möglichkeit, Arbeitspakete zu hinterlegen oder sogenannte Work-Items, die Personen zuzuweisen. Das kennt man von Planner oder auch von To-Do. Also, die klassischen Funktionalitäten sind da. Und ja, am besten schauen wir uns die App mal an. Dazu springe ich mal in meinen Client hier. Es ist ein bisschen schwierig, weil wir sowohl in Teams als auch, also im Teams-Client als auch im Webbrowser ist es ja schwierig. Der linke Bereich, der nimmt immer sehr viel Platz ein mit den Chats oder mit den Teams. Das können wir ja noch nicht verkleinern. Ich habe die Hoffnung, dass wir irgendwann mal die linke Seite einklappen können, sodass wir dann mehr von Bildschirm hier sehen können von den Apps. Wie funktioniert das Ganze? Wenn ihr hier unten links mal auf Apps klickt, dann findet ihr den App Store und dort könnt ihr jetzt einfach entweder hier Milestones eingeben. Dann sollte es gefunden werden. Kann auch sein, dass es hier Meilensteine heißt. Das hängt immer ein bisschen damit zusammen, welche Lokalisation ihr sozusagen eingegeben habt. Dann könnt ihr dort draufklicken und könnt diese App direkt in Teams hinzufügen. Wichtig an dieser Stelle ist, ihr könnt diese Meilenstein-App in jedem Team verwenden. Also, die sind dann auch nicht miteinander synchronisiert, sondern ihr habt immer eine Teams-App in jedem Team, eine einzelne Instanz. Ihr findet hier eine Übersicht, was ist das Ganze, wie kann ich das Ganze nutzen und was sind so die wesentlichen Merkmale dieser App. Dann könnt ihr hier einfach auf zum Team hinzufügen und dann wählt ihr einfach ein Team aus und dann wird diese App dort installiert. Und wie das Ganze aussieht, zeige ich euch mal jetzt anhand meines Teams. Ich habe hier in meinem Mr. Powermagic-Team einen Kanal App-Vorlagen angelegt und dort finden wir zum Beispiel auch die App Milestones. Dann hoffen wir mal, dass er auch lädt. Bei dem ersten Start dieser App werdet ihr dann gefragt oder müsst ihr euch noch authentifizieren. Es gibt einmal einen Zugriff auf die Office 365-Benutzer und auf Teams natürlich, also wie aus der klassischen Power-Plattform-Welt, wie man das kennt, wenn man mit Konnektoren arbeitet. Wir müssen dann eben einmal die Zustimmung erteilen, dass quasi die Konnektoren auf unsere Daten zugreifen dürfen. Habt ihr das gemacht, dann startet diese App und ihr seht, das sieht dann ein bisschen so aus. Bisschen wild, ein bisschen klein, weil ich einfach nicht mehr Content in diesem Bildschirm kriegen kann. Aber das macht nichts, wir schauen uns das Ganze mal in Ruhe an. Wir haben auf der linken Seite einmal unsere Projektübersicht. Das heißt, wir können hier mit mehreren Projekten in unserem Team arbeiten. Und auf der rechten Seite haben wir dann die klassische Statusansicht. Einmal, wie ist der Meilenstein-Status? Und hier unten habe ich meine einzelnen Work-Items. Das ist in der Tat wirklich sehr klein jetzt, ein bisschen doof. Aber wir können ja hier noch ein bisschen scrollen. Das heißt, hier sehe ich dann die einzelnen Elemente. Ich kann hier oben dann auch noch umstellen zwischen meinem Meilenstein-Status oder auch dem Team-Status. Das heißt, ich sehe dann von meinem Team, wem sind wie viele Aufgaben zugewiesen. Und anhand der Farben kann ich direkt erkennen, in welchem Status befindet sich diese Aufgabe. Schauen wir uns mal die Einstellung an. Wir haben hier die Möglichkeit, einmal die einzelnen Kategorien umzubenennen oder auch neue Kategorien hinzuzufügen. Die sogenannten Meilensteine selbst. Wir können hier verschiedene Prioritäten verteilen. Wir können auch die Farben entsprechend zuordnen. Das können wir hier einstellen. Da solltet ihr euch auf den Standard einigen, damit man im Zweifel ähnlich wie mit den Labels im Planner, da habe ich ja auch 25 verschiedene Labels, die ich nutzen kann in meinem Plannerboard. Auch da sollte man schauen, dass man vielleicht bereichsübergreifend oder auch abteilungs- oder unternehmensübergreifend sich auf bestimmte Labels in bestimmten Farben einigt, damit man weiß, egal in welchem Bereich man sich befindet, in einem Plannerboard sind bestimmte Labels halt immer oder bestimmte Farben immer bestimmten Funktionalitäten zugeordnet. Und so würde ich das dann auch für die Milestones-App empfehlen, weil dann weiß ich, egal ob ich mich in diesem Team befinde oder in einem anderen, die die Milestone-App verwendet, das Grün bedeutet halt immer, ist fertig oder ist dann. Das wäre so meine Empfehlung. Aber ansonsten seid ihr hier relativ frei mit der Benennung oder auch den Farben. Das heißt, ihr könnt das hier wunderbar entsprechend einstellen. Und habt ihr das einmal für euch sozusagen festgelegt mit den globalen Einstellungen, dann könnt ihr hier sehr einfach ein neues Projekt anlegen. Und wir nennen das Ganze mal, was wäre ein gutes Beispiel für ein Projekt? Nehmen wir mal vielleicht den Hausbau. Das kann man sich plastisch vielleicht noch sehr einfach vorstellen. Was haben wir für verschiedene Meilensteine beim Hausbau? Ja, ich würde mal sagen, Bauantrag wäre der erste Meilenstein, also dass der genehmigt ist. Bauantrag. Dann haben wir vielleicht, Reihenfolge spielt jetzt keine Rolle, aber es fällt mir spontan ein, die Planung. Also der Plan steht vom Architekten. Vielleicht dann irgendwann Erdgeschoss fertig. Also da seid ihr natürlich, was eure Projektmanagement-Methode angeht, relativ frei zur Bezeichnung, was für euch ein Meilenstein ist. Ihr könnt hier noch Fälligkeitsdaten vergeben. Hier sind dann klassisch immer eine Woche hinterlegt, also hier jetzt in 14 Tagen. Ihr könnt mehrere Meilensteine verwenden. Und wenn ihr die Meilensteine hier festgelegt habt, könnt ihr euer Team hinzufügen. Wir nehmen hier mal noch die Megan dazu und vielleicht die Adele. Dann kann man es besser zuordnen. Dann klickt ihr einmal auf Erstellen und schon habt ihr euer erstes Projekt oder euer nächstes Projekt fertig. Jetzt sehen wir hier, Hausbau ist hinterlegt, Teamstatus. Sehen wir noch keine Elemente zugeordnet. Logisch, wir haben ja keine. Und ihr habt hier immer auch eine Fortschrittsanzeige. Das heißt, alle Arbeitspakete, die sich innerhalb des Meilensteins Bauantrag befinden und je nachdem, ob sie erledigt sind oder in welchem Status sie sich befinden, spielen dann hier auf den Gesamtfortschritt ein. Und so habt ihr dann relativ schnell auf Einblick die Möglichkeit, das zu tracken. Genau, jetzt können wir hier ein neues Arbeitspaket hinzufügen. Und wenn wir jetzt mal sagen, den Bauantrag, was muss man dann alles oder für den Meilenstein Bauantrag, welche Aktivitäten brauchen wir da? Ja, wir müssen erstmal den Bauantrag stellen. Sicherlich. Das kann mal in dem Fall die Adele machen. Das bezieht sich auf den Bauantrag. Welchen Status haben wir hinterlegt? Das ist neu. Und welche Kategorie? Das bezieht sich dann. Ja, es passt natürlich nicht ganz, aber sagen wir mal mit Development. Und hier haben wir dann noch die Möglichkeit, die entsprechende Priorität zu hinterlegen, die wir dann schon im Vorab konfiguriert haben. Zieldatum bleibt mal der zweite, dritte, also heute. Hier kann ich dann die entsprechende Beschreibung hinterlegen und schon ist mein Arbeitselement erstellt. Und jetzt sehen wir hier, wir haben hier ein Item im Bauantrag. Und wenn ich jetzt hier nochmal auf den Meilenstein, auf den Teamstatus gehe, dann ist diese Aufgabe der Adele zugewiesen und wir haben hier die Möglichkeit, das dann entsprechend nachzuverfolgen. Was ich hier noch machen kann, ist, ich habe hier die globalen Einstellungen. Ach, das hatte ich auch schon gezeigt. Siehste, ich komme hier schon ganz durcheinander. Ich kann hier links auf die Navigation klicken, dann kann ich das ein bisschen ausklappen. Und so habe ich dann mehr Platz hier für meine Items. Fügen wir hier nochmal ein paar hinzu. Nehmen wir mal den Architekten auswählen. Das macht die Megan. Das bezieht sich dann vielleicht auf die Planung. Status, das ist in Progress. Also da haben wir vielleicht schon ein paar im engeren Bereich. Nehmen wir das mal auf Purchasing, nur um es mal ein bisschen abzusehen. Sehen und das ist dann vielleicht am neunten fällig. Und auch hier noch eine Beschreibung erstellen. Dann machen wir mal noch ein Element. Was haben wir denn hier noch? Erdgeschoss, Fundament gießen. Da kümmere ich mich drum. Das ist Erdgeschoss. Das ist neu. Development, das ist nicht so wichtig. Das können wir erst mal hier unten hinschieben. Auch eine Woche. Und dann können wir vielleicht noch einen dazunehmen. Haben wir ein paar mehr zur Auswahl. Nehmen wir mal Bodenplatte. Also erst brauchen wir ja die Fundamente und dann vielleicht die Bodenplatte oder in den Estrich. Ist ja auch Banane. Geht ja nur ums Prinzip. Weise ich mir auch mal selbst zu. Ne, ist nicht Planung. Ist das Erdgeschoss. Status. Auch neu. Priorität. Auch mal ein bisschen runter. Das ist eine 4. Auch das ist dann vielleicht nächste Woche. Und dann haben wir das Ganze fertig. Genau. Und wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, dann sehen wir schon hier, das aktualisiert sich alles sehr schön. Ich sehe sofort, in welchem Status sich die beiden befinden. Ich kann jetzt sagen, okay, vielleicht haben wir den Bauantrag schon gestellt. Das Ding ist erledigt. Dann kann ich das hier direkt abhaken. Und wir sehen dann auch hier den Meilenstein-Status, wie er sich dann entsprechend verändert. Der Status ist natürlich hier dann. Sorry. Fertig. Den Bauantrag haben wir halt schon gestellt. Ist das Ding schon erledigt. Dadurch haben wir natürlich hier auch automatisch ganz schnell einen Überblick. Sprich, der Fortschrittsbalken geht hier. Klar, wir hatten nur eine Aufgabe. Dann entsprechend schnell auf 100%. Und bei der Planung nehmen wir mal das Erdgeschoss hier. Den Status können wir hier dann machen. Und hier haben wir einen Status bei drei Aufgaben. Sind das dann 30%. Und den nehmen wir mal in Progress. Und dann seht ihr, wie sich das in den einzelnen Stati hier verschiebt. Also wir haben, na, es dauert einen Augenblick. Ah, in Progress, genau. Ihr seht hier immer sehr schnell auf einen Blick, wie sich das Ganze dann sofort live verändert. Dadurch, dass es entsprechend hier über die Stati geregelt wird. Was ist das Schöne anhand dieser App-Vorlage? Also ihr könnt sie direkt einmal nutzen. Also ihr braucht da nicht viel machen. Ihr müsst halt nur eure einzelnen, für euch passenden Kategorien und Stati vergeben. Sprich, die Prioritäten. Und dann könnt ihr das so out of the box nutzen. Das Schöne an diesen App-Vorlagen ist, es sind alles Power-App-Vorlagen. Das heißt, sie sind hier, in dem Fall sind sie in Teams. Also das ist eine Power-App for Teams. Die ist hier direkt in Teams integriert, an dieses Team gebunden. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, dadurch, dass es sich um eine Power-App handelt, diese natürlich anzupassen und zu customisen. Also wenn ihr sagt, mir fehlt hier noch eine gewisse Funktionalität oder ich brauche hier noch ein paar verschiedene, ich brauche noch einen anderen Status oder ein zusätzliches Feld, dann könnt ihr das sehr einfach machen, indem ihr diese Power-App benutzerdefiniert verändert und entsprechend euer Funktionsumfang mit implementiert. Also das ist überhaupt kein Problem. Oder aber wenn ihr sagt, ihr möchtet eigentlich was komplett anderes machen, könnt ihr natürlich diese App auch als Basis nehmen und sie dann entsprechend ausbauen zu dieser Funktionalität, wie ihr sie braucht. Also vielleicht wollt ihr jetzt kein Milestone-App haben, sondern ihr wollt diese Funktionalität nutzen, aber für euren internen Prozess ganz anders darstellen, dann könnt ihr diese App natürlich entsprechend wunderbar auch customisen und erweitern. Also das ist überhaupt kein Problem. Jede dieser App, also wenn ihr sie natürlich über Teams, über den Teams App Store implementiert, dann landet diese App immer in einem, in dem bestimmten Team und ist an dieses Team gebunden. Es gibt aber jede App-Vorlage von Microsoft auch als große Version sozusagen. Dann könnt ihr sie einfach in Power-Apps implementieren und könnt sie dann im gesamten Unternehmen nutzen. Dann ist diese App nicht an ein Team gebunden. Das wiederum bedeutet allerdings dadurch, dass diese App-Vorlagen auf Dataverse basieren, dass ihr dann für die Nutzung eine Premium-Lizenz benötigt. Wenn ihr das in Teams kapselt, braucht ihr das nicht, weil das ist damit abgedeckt, aber wenn ihr es so implementiert, könnt ihr halt machen, aber dann braucht ihr eine entsprechende Premium-Lizenz. So, mal gucken, sind schon Fragen da an die Regie? Gerne mal rein. Genau, Sebastian, muss ich die Mainstein-App einem Team zuordnen? Kann ich sie außerhalb Teams nutzen? Ja, hatte ich gerade erwähnt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn ich sie über Teams direkt implementiere, über die Teams-App, dann nutze ich sie natürlich einem Team. Ich kann sie aber auch, wie gesagt, über Dataverse direkt im gesamten Unternehmen, also unternehmensweit implementieren oder einen bestimmten Kreis zuordnen. Dann brauche ich allerdings die Premium-Lizenz. Nächste Frage, genau. Kann ich die Mainstein-App? Genau, ja, das kann ich, wie gesagt, wunderbar machen, sowohl beide, also ich kann sowohl die Teams-App im Power-App-Studio innerhalb meines Teams-Teams anpassen, ich kann aber auch die große Variante entsprechend anpassen und für mich customisen. Wichtig wäre in dem Fall, oder als Hinweis, speichert die App dann sozusagen als Kopie ab, weil Microsoft erweitert ja den Funktionsumfang dieser Apps und wenn ich diese App dann für mich customise, dann kann ich sie quasi nicht mehr updaten, logischerweise, wenn ich eigene Änderungen vornehme, beziehungsweise wenn sie dann geupdatet werden, würden meine Änderungen überschrieben werden. Deshalb speichert das als separate App ab, dann könnt ihr sozusagen diese Kopie entsprechend nutzen. Ja, es sind nur Mitglieder beziehungsweise Besitzer des Teams, also ich muss in diesem Team sein, kann auch ein Gastzugriff sein entsprechend, also in die Teams-Vorlage, dann kann ich natürlich nur die Mitglieder beziehungsweise Besitzer dieses jeweiligen Teams entsprechend nutzen, weil diese App ja an dieses Team gebunden ist, das ist mein Container und somit auch mein Sicherheitsentsprechendes Konstrukt. Ach, der Marco. Kann man damit Vorlagen erstellen, welche Power Automate ansteuern? Also selbstverständlich, dadurch, dass es sich um eine Power App handelt, kann ich selbstverständlich auch innerhalb dieser Power App ein Power Automate Flow anbinden, dass ich mit Notifications arbeiten kann, beispielsweise guter Hinweis, Marco, vielen Dank. Es gibt out of the box innerhalb dieser Meinstein-App keine Benachrichtigungsfunktionalität, aber schauen wir uns später noch an, ich kann in dem GitHub-Repository, wo Microsoft diese Apps anbietet, ist sogar schon direkt eine Anleitung da drin, wie ich diese Benachrichtigungsfunktion mit einem Power Automate Flow hinterlegen kann. Also da brauche ich mir selber gar keine Gedanken machen, hat Microsoft schon dabei gepackt, ist selber aber in der App nicht drin. Jein, das heißt, wenn du die Vorlagen erstellen möchtest und das für andere Teams nutzen möchtest, dann müsstest du quasi diese Vorlage nehmen, sie entsprechend anpassen und quasi wieder als Package implementieren mit deiner Milestones-App Powered by Me und die wiederum kannst du dann aber natürlich auch als Teams-App entsprechend anbieten und dann quasi auch die angepasste Customizing-App innerhalb des Unternehmens ausrollen. Das ist überhaupt kein Problem. Gibt es eine Variante, einen Gantt-Chart anzuzeigen? Ne, gibt es nicht. Das ist es ja. Der Mehrwert gegenüber Planner mit Anbindung an To-Do. Naja, was ist der Mehrwert? Also für einfache, kleine Team-Projekte sehe ich den Vorteil, dass ich hier auf einen Blick auch die Work-Items oder ich habe halt eine One-Page-Ansicht inklusive der Items der Zuordnung zu den Meilensteinen beziehungsweise zu meinem Team. Klar, ich habe allerdings keine Möglichkeit, dass out of the box, das wiederum würde mit Power Automate gehen, das heißt, wenn hier ein Work-It, ein Arbeitspaket erstellt wurde, dann hätte ich hier die Möglichkeit, über Power Automate ja auch parallel eine Aufgabe in einem Planner-Board oder in einem To-Do zu erstellen, aber das wäre aus meiner Sicht nachher schon Oversized, dann brauche ich auch die App nicht. Was heißt Vorteil? Es gibt halt viele Produkte am Markt für viele Probleme und für welches man sich entscheidet. Ich finde es sehr charmant, weil es direkt in meinem Team integriert ist und wenn es halt nur, also hier ist der Fokus halt auf den Meilensteinen, gar nicht auf den Work-Items selber runtergebrochen. Vielleicht kann man das so sehen als grober Überblick, sodass man das dann entsprechend vielleicht dadurch abgrenzt von Planner oder To-Do. Weitere Fragen? Okay. Dann würde ich nämlich gern noch mal kurz in die Presi springen, weil wir haben ja noch weitere Apps und ich sehe schon 10 Uhr 24. Oh Gott, wie soll ich das denn alles noch machen? Eieiei, vielleicht muss ich noch mal einen eigenen Slot machen. Die nächste App, die ich euch vorstellen möchte aus den App-Vorlagen, ist die Inspection-App. Wie der Name schon vermutet, Inspection. Das ist wiederum wirklich eine sehr tolle App. Das fehlt uns tatsächlich noch im Portfolio. Man kann das über To-Do ein bisschen nachbauen, auch über Planner mit Checklisten, aber so eine richtige Checklisten-App sozusagen gibt es nicht, beziehungsweise gibt es, aber sie kennt man nicht. Das ist die Inspection-App. Bei der Inspection-App haben wir die Möglichkeit, Ressourcen aller Art in irgendeiner Form zu managen, zu abzuhaken, zu prüfen, Routinen abzuarbeiten. Nehme, keine Ahnung, einen Piloten, der im Flugzeug fliegt. Das ist für mich immer ein treffendes Beispiel. Es gibt ja Piloten, die fliegen schon unglaublich viele Jahre, haben unglaublich viel Erfahrung, aber nichtsdestotrotz müssen die jedes Mal vorm Start ein Sicherheitsprotokoll durchgehen. Die haben wirklich eine Checkliste, die sie durchgehen. Die kennen die wahrscheinlich alle schon im Schlaf, das können die auswendig, in- und auswendig, aber warum machen sie das? Weil Menschen Fehler machen. Und dadurch gibt es diese Checklisten. Jedes Mal, wenn man diese verdammte Checkliste durchgeht, kann man halt auch keinen Fehler machen, sondern man kann dieses nach und nach abarbeiten. Und ähnlich kann man das mit dieser Inspection-App sehen. Wir haben hier die Möglichkeit, weil hier im Fokus die Frontline-Worker sind. Wer sind das? Das sind die, die zum Beispiel im Café vorne, die Barista habe ich ja mal gelernt von Ferdi Litten, die den Kaffee kochen sozusagen und das rausgeben. Die haben hier aber auch noch andere Aufgaben zum Ende der Schicht irgendwie den Kaffeetrichter wieder auffüllen und, weiß ich nicht, die Müllsäcke leeren und was weiß ich nicht alles. Dafür gibt es in der Regel ja Checklisten innerhalb der Stores oder wo auch immer. Und diese Art von Checklisten kann ich hier wunderbar über die Inspections-App ablösen. Es gibt hier drei verschiedene Apps in dieser Inspections-Lösung. Wir haben einmal die Management-App. Damit kann ich quasi die Checklist-Items erstellen und konfigurieren. Dann habe ich noch eine Reporting-App, weil ich dann auswerten kann, sind die Checklisten immer ordnungsgemäß ausgeführt worden beziehungsweise gab es irgendwo Probleme in den Checklisten und natürlich die eigentliche Inspection-App selber, die für die Frontline-Worker ist. Das heißt, sie haben entweder die App auf ihrem Teams-Client, auf dem Smartphone oder quasi auf dem Rechner in dem Store und dann kann ich das Ding wunderbar einsetzen. Schauen wir uns auch mal diese App an. Das ist schon die nächste. Mal sehen, ob wir die noch alle schaffen. Springe ich mal schnell wieder in meinen Teams-Client. Schnell hier mal die App gewechselt. Auch hier gleiches Prozedere. Ich gehe hier in meinen App-Store in Teams beispielsweise, kann dann hier entweder, wenn ich nicht weiß, wie sie heißt oder ich mich inspirieren lassen möchte, kann ich hier erstellt von Microsoft, kann ich mir mal alle anzeigen lassen, kann ich mir mal alle durchlesen. Da sind allein auch schon ganz, ganz viele tolle Apps drin. Die haben nicht unbedingt was mit Power-Apps zu tun, aber auch andere Apps, die ich euch empfehlen möchte, schaut sie euch mal an, dann könnt ihr sie nehmen, Workflows beispielsweise. Aber jetzt wollen wir uns die Inspection-App mal anschauen. Auch hier einfach draufklicken, habt ihr nochmal eine Beschreibung, Berechtigung und so weiter, zum Team hinzufügen, wählt ihr wieder ein Team aus und dann ist die App hinterlegt. Habe ich natürlich schon gemacht, im Vorwege, damit nicht noch mehr Zeit flöten geht. Schauen wir mal hier rein, weitere und hier haben wir, wie gesagt, die drei Apps. Wir haben die Managed Inspections. Gehen wir mal hier in die Inspection-App selber. Das ist quasi die App, die dann von den Frontline-Workern, in den Stores oder wo auch immer genutzt wird. Ich kann mir diese App beispielsweise aus der eigenen Erfahrung für die Feuerwehr gut vorstellen. Wir haben bei der Feuerwehr ja ganz viele Aufgabengebiete und jeder Feuerwehrmann muss irgendwie alles können. Gut, löschen können wir alle. Irgendwie Wasser irgendwo draufhalten geht immer. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Verkehrsunfall ist oder irgendwelche anderen Sachen, technische Hilfeleistungen, das macht man halt nicht so häufig und dann kann man auch nicht davon ausgehen, dass jeder Feuerwehrmann von jetzt auf gleich genau weiß, was alles zu tun ist. Wenn man zum Beispiel zum Feuer fährt, dann setzt man sich hinten ins Auto. Wenn man dann auf dem entsprechenden Platz sitzt, dann muss man ein Artenschutzgerät aufsetzen, eine Maske, man muss das anstöpseln, man muss schrauben, man muss gucken, ob das Gerät funktioniert. Man sollte eine Flammschutzhaube aufsetzen, den Helm sollte man auch aufsetzen, nicht im Auto, weil wenn man einen Unfall baut, dann knickt der Kopf ab und, und, und. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man beachten muss. Und da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, es wäre ja hilfreich, wenn ich ein Tablet habe und meine Inspections-App und da steht genau drauf, welche Schritte ich wann auszuführen habe, mache ich einfach einen Haken hinter, dann kann ich zumindest nichts vergessen. Und manchmal sollte man vielleicht auch irgendwie so ein Leinbeutel, also ein Seil, sagt man ja, Umgangssprache, die mitnehmen, damit ich das draußen festmache und wenn ich reingehe ins Gebäude, damit ich auch weiß, wie ich wieder rauskomme, der wird auch gerne mal vergessen. Habe ich es auf einer Checkliste draufstehen, kann ich es nicht vergessen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe hier jetzt die Inspection-App, also das ist die, die der Frontline-Worker sozusagen dann auch direkt sieht. Es gibt hier verschiedene Inspektionsaufgaben. Man sieht, welche sind aktiv, welche sind überfällig und so weiter. Und ich kann jetzt hier direkt auf eine Inspektion durchführen. Auch das kann man natürlich customisieren, weil die Übersetzung ist manchmal echt ein bisschen nicht so schön. Hier ist im Beispiel hinterlegt, gibt es halt verschiedene Bereiche von einem Restaurant. Da habe ich zum Beispiel Lebensmittel, gefrorene Lebensmittel. Da gibt es eine Möglichkeit, eine Inspektionsaufgabe sozusagen durchzuführen. Dann haben wir hier zum Beispiel den Fall Morning Store Walk. Also wenn ich morgens komme, soll ich für die gefrorenen Lebensmittel folgende Sachen prüfen. Ist alles noch sauber und hygienisch rein? Gibt es, ist der Müll weggeräumt und ist alles frei zugänglich oder stehen da irgendwelche Sachen im Weg? Ich könnte zu dieser Inspektion natürlich auch noch ein Bild hinterlegen, dass ich halt dem oder der Mitarbeiterin zeigen kann, es handelt sich hier um diesen Bereich. Also auch das kann ich machen. Schauen wir uns gleich noch an. Jetzt kann ich hier einfach hingehen und sagen, ich starte mal die Inspektion sozusagen. Ich gehe die Checkliste durch und dann ist der erste Punkt, hier steht es schön beschrieben, all areas inside and outside the store should be clean, daily und so weiter und so fort. Und jetzt kann ich hier hingehen, wenn das meine tägliche Routine ist, passt das? Ja, okay, grün oder nein, gelb, rot. Das war nicht in Ordnung. Dann kann ich hier eine Notiz hinzufügen. Ich kann noch ein Foto machen, damit ich das dann sozusagen dokumentieren kann oder das hat einfach keine Relevanz heute. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel hingehe und sage, hier liegt irgendein Issue vor, also das funktioniert nicht, dann kann ich hier auch eine Aufgabe erstellen. Und das Schöne an dieser App ist, ich kann hier ein Plannerboard hinten dranhängen, also eins mit verlinken. Und wenn ich jetzt hier sage, zu diesem Clean & Hygienic, zu dieser Inspektionsliste, da ist was nicht in Ordnung oder selbst wenn auch was in Ordnung ist, ich kann auch dort dann eine Aufgabe erstellen, kann ich hier hinterlegen, was denn zum Beispiel nicht in Ordnung war und ich kann das direkt jemandem zuweisen aus meinem Team. Jetzt weise ich das mal der Megan zu. und kann diese Aufgabe hinzufügen und im Hintergrund wird automatisch eine Planneraufgabe erstellt und somit habe ich sie wieder in meiner Task-Aufgaben-App, die dann hinterlegt ist. Dann gucke ich mir die nächste Checklist-Item an. Okay, das ist alles, sieht wunderbar aus. Wenn ich das dann gemacht habe, ich kann hier auch noch mal in die Notiz reinschreiben, vielleicht heute sehr sauber. Dann kann ich hier einfach die Notiz speichern einmal. Hat das jetzt gemacht? Und die Inspektion überprüfen. Also kann ich noch mal gucken, was war in meiner Checkliste, was habe ich gemacht. Das war nicht in Ordnung, das war in Ordnung. Zwei von zwei abgeschlossen. Dann kann ich jetzt sagen, okay, die Inspektion habe ich durchgeführt, es wird übermittelt, wird hinterlegt und schon ist das Ganze erledigt. Dauert, wie ihr seht, ein bisschen, aber dann ist es hinterlegt und somit erledigt. Schauen wir uns noch mal das hinterlegte Plannerboard dazu an. Das habe ich natürlich schon mal vorbereitet. Jetzt ist es hier nicht da. Jetzt sehen wir hier, Food frozen, also gefrorene Lebensmittel, ist eine neue Aufgabe erstellt worden. Hier mit meinen Notizen, was nicht in Ordnung war. Direkt zugewiesen an die Megan. Das heißt, Megan hat ja eh schon eine Notification bekommen, also eine Benachrichtigung. Dass dann dort was nicht in Ordnung ist und so habe ich dann auch hier die Möglichkeit, über die Benachrichtigungsfunktion weitere Schritte einzuleiten. Das zu der Inspection-App selber. Das heißt, hier landen dann sozusagen diese ganzen Aufgaben, die ganzen Checklisten, die abzuarbeiten sind und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze hier über die Manage-App entsprechend einzurichten. Das heißt, ich kann über die Manage-Inspections-App einmal festlegen, was soll denn überhaupt gemacht werden. Also ich kann hier die Checklisten anlegen, die entsprechenden Items. Dann machen wir mal hinne hier. Das Internet will noch nicht. Also es sieht ein bisschen ähnlich aus. Ich habe hier auch die Möglichkeit, dann sogenannte Locations zu hinterlegen. Also worum geht es eigentlich? Das kann ja, das kann wirkliche Räume sein. Das kann so beispielsweise hier im Studio könnte man auch eine tägliche Routine einführen. Das heißt, wenn das Studio abends verlassen wird, sind alle Kameras ausgeschaltet, Strom abgefahren, sind die kabellosen Mikrofone wieder an der Ladestation, damit sie nächsten Morgen voll sind und und und. Das sind alles so Dinge, die ich wunderbar in dieser Inspection-App reinpacken kann. Einfach auch nur, weil wir halt Menschen sind, dass ich einfach nichts vergesse. Ist ja relativ schnell gemacht. Ich gucke auf meine Liste, alles einmal abgehackt, fertig. Kennen wir sonst von Papierlisten. Aber wir wollen ja kein Papier mehr. Das heißt, ich kann hier einfach jetzt irgendwas hinzufügen und dann kann ich halt sagen, worum handelt es sich? Ist das jetzt eine Ressource? Also ist das ein Raum? Ist das ein Gerät? Ist das ein Bereich? Ist das whatever? Also wie es bei euch passt. Vielleicht ist es auch eine Maschine. Super Beispiel für den täglichen Küchendienst im Office. Ah, fällt ja weg. Wir haben ja alle Homeoffice. Aber kann man vielleicht auch für den Vollautomaten zu Hause machen. Die tägliche Routine der Kaffeemaschine. Bohnen nachfüllen, Wasser auffüllen, Trester reinigen, entkalken. Was weiß ich nicht alles, was man da machen muss. Ich habe keine Maschine. Ich habe noch so einen klassischen Handfilter, den ich auf meine Thermoskanne stelle und da Wasser durchleite. Also da ist die Checkliste relativ kurz. Genau, das kann ich hier machen und dann kann ich hier auch die entsprechenden, also einmal die Orte oder Ressourcen und ich kann dann halt hier natürlich auch festlegen, was gibt es eigentlich für Formulare und für bestimmte Bereiche oder Maschinen gibt es vielleicht auch mehrere Varianten. Also ich habe, bleiben wir beim Studio, wir haben vielleicht einmal den Technikcheck, das wäre eine Checkliste. Wir haben aber vielleicht auch den Servicecheck, sprich sind immer genug Getränke im Kühlschrank, ist die Maske immer wunderbar aufgeräumt, ist genug Make-up da und ach, was weiß ich nicht. Also es gibt ja so unglaublich viele Sachen, die man nutzen kann. Philipp schreibt, Konzeptverstand, nächste App. Ja, weiß ich, Philipp, du bist ja auch Blitzmerker, aber wir haben auch noch andere Kunden, die brauchen vielleicht noch ein bisschen mehr Input, um das Konzept auch zu verstehen. Genau, also sehr einfach kann ich dann hier meine Routinen sozusagen festlegen, sodass man das dann entsprechend nutzen kann. Das Schöne ist hier, ich kann hier auch in der App über die Einstellung zum Beispiel festlegen, wer hat Zugriff auf diese Management-App. Da kann ich zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt in meinem Team bin, nur die Besitzer dürfen quasi diese Management-App benutzen, um diese Checklisten anzulegen und ich kann hier halt auch festlegen, was für Bereiche habe ich eigentlich, also welche Typen von Location gibt es. Auch hier kann ich wiederum die Bilder hinterlegen. In dem Fall ist es hier Clothing und Food. Gut, das können aber wie gesagt auch ganz andere Funktionsbereiche sein. Okay, ich habe verstanden, ihr habt es gemerkt, gehen wir noch schnell in die andere App. So, und meine dritte App, die ich euch auf jeden Fall noch vorstellen möchte, ist die Bulletins-App. Was ist die Bulletins-App? Sehr schönes Thema. Interne Unternehmenskommunikation. Kommt in vielen Bereichen immer zu kurz, weil es da auch nicht vielleicht die richtigen Formate gibt. Ich weiß, es gibt das Intranet. Es gibt dann die Möglichkeit, im Intranet irgendwas zu publishen. Aber wissen wir auch selbst, manchmal nutzt man das Intranet gar nicht, weil es vielleicht schwer zugänglich ist und nicht auf SharePoint basiert, sondern irgendein Drittanbieter, was nicht so schön ist. Wie auch immer, ich habe hier mit der Bulletins-App auch hier wieder die Möglichkeit, auf der einen Seite innerhalb meines Teams, als Teams-App oder als globale Unternehmens-App zu implementieren. Die Möglichkeit, alles mögliche von Ankündigungen, Anweisungen, Produktvorstellungen, Neuigkeiten entsprechend zu regeln. Auch hier gibt es wiederum zwei Apps. Es gibt einmal die Management-App und es gibt natürlich die eigentliche Bulletin-App. Auch die zeige ich euch nochmal schnell, weil dann ist ja die Zeit schon wieder rum. Wo ist die Zeit geblieben? Wo wollte ich hin? Hier. Schauen wir uns die Bulletin-App nochmal an. Ich habe noch so viele Apps, die ich euch zeigen könnte. Eins will ich euch auf jeden Fall gleich noch zeigen. Die Zeit müsst ihr mir geben. Wo findet ihr den ganzen Kram, wenn ihr es nicht direkt über Teams machen wollt? Was ist die Bulletin-App? Finde ich auch sehr spannend. Ich habe hier sehr einfach die Möglichkeit zu sagen, ich möchte hier etwas Neues sozusagen präsentieren. In der Bulletin-App selber kann ich nur konsumieren, sprich alles das, was hier angelegt wurde, kann ich mir dann hier abrufen und anschauen. Es gibt die Möglichkeit einmal im Home-Bereich kann ich auch umbenennen, Ankündigungen zu machen und die entsprechend zu nutzen. Ich kann hier zum Beispiel einen Videolink mit einbauen, einen YouTube-Link kann ich hier mit einbauen, sodass das dann entsprechend angezeigt wird, mit einer entsprechenden Beschriftung. Einmal schließen, sonst dauert das zu lange. Wie gesagt, das ist hier die Konsumierung. Ich habe hier auch die Möglichkeit, eine FAQ mit einzubauen. Das heißt, Fragen und Antworten entsprechend hier in der Bulletin-App nur mache ich. Danke, Erik. Wie gesagt, diese App nur zum Konsumieren, aber das meiste, wenn ich es halt bereitstellen möchte, mache ich das in der Manage-Bulletons-App und auch hier habe ich dann die Möglichkeit entsprechend die die, na, mach hin, ja, das möchte ich nicht nochmal sehen. Wenn ihr die App, wie gesagt, das erste Mal startet, müsst ihr noch die Konnektoren zustimmen. Meistens sind das die Teams-Konnektoren und die User-Konnektoren und dann sehen wir hier, was haben wir. Es gibt hier einmal die sogenannten Bulletons selber. Also ich kann hier ein neues Bulletin erstellen. Da habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, welche Kategorie fällt das, soll das gefeatured werden. Das sprich, ich kann hier zum Beispiel auswählen, dieses Bulletin soll ganz oben stehen für die nächsten zwei Wochen. Ich kann sogar hier auch einen Termin einstellen, wann das Ding published wird, also wann es veröffentlicht wird. Nehmen wir dieses Denglish. Und so kann ich quasi die Ankündiger auch im Voraus schon entsprechend vorbereiten und kann sie dann auch entsprechend ankündigen. Ich habe hier die Möglichkeit, ein Bild zu hinterlegen, eigene Bilder oder ich nutze hier die Samples. Ich kann hier eine Video-URL entsprechend einfügen. Das kann ein YouTube-Link sein, Embed. Und ich habe hier natürlich die Möglichkeit, meinen Text zu hinterlegen. Und genau. Ein Titel fehlt natürlich noch, ne? Ne, machen wir mal Power Summit. So, speichern. Und das kann ich mir dann wiederum in der Bulletin-App jetzt anschauen. Geplant ist es um 0.30 Uhr. Okay, das wird noch nicht da sein. Für zwei Wochen ist es dann gepublished oder gefeatured sozusagen. Immer oben. Ich muss es hier noch veröffentlichen und zack, schon ist es da. Gleiches gilt für die FAQ. Ich kann hier natürlich FAQ hinterlegen. Und dann, ja, relativ einfach. In den Einstellungen kann ich halt noch die verschiedenen Kategorien festlegen. Das kann ja jetzt Bereiche sein. Das kann Ebenen sein. Also Geschäftsführung, Neues von der Geschäftsführung, Neues aus dem Feld oder was auch immer. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, Kategorien für die FAQ zu vergeben. Link-Kategorien und, und, und. Schaut es euch an. Probiert das mal aus. Da sind wirklich sehr schöne Vorlagen bei, die man out of the box nutzen kann. Okay. Aufgrund der Kürze der Zeit möchte ich euch noch kurz das andere oder die weiteren Apps zeigen. Also das sind Apps, die ich ready to use direkt out of the box nutzen kann, direkt in meinen Teams mit integrieren kann oder auch als Power-App-Vorlage. Zwar nicht out of the box, aber es gibt sie immer in zwei Varianten. Teams-Variante oder unternehmensweite Implementierung. Dann gibt es noch weitere App-Vorlagen, die kann ich relativ einfach implementieren. Die sind aber noch nicht im Teams-App-Store beispielsweise hinterlegt. Und wo findet ihr die? Es gibt ein GitHub-Repository von Microsoft. Der Link ist hier drin. Ich zeige es aber auch gleich nochmal. Das Ganze funktioniert relativ easy. Ihr seht schon rechts in dem Screenshot, da sind auch die drei Apps zum Beispiel bei, die ich euch gerade gezeigt habe. Die sind aber auch schon im Store. Also die braucht ihr nicht explizit da runterladen. Relativ easy. Ihr müsst das App-Package einmal runterladen. Das sind, glaube ich, 35 Megabyte. Das ist relativ einfach. Das Package extrahieren. Und dann als Custom-App das jeweilige Package hochladen. Und dann werdet ihr meistens gefragt, in welchem Team, in welchem Kanal wollt ihr das dann entsprechend hinterlegen. Und das zeige ich euch auch nochmal in Teams. Was ich damit meine, sehr einfach. Ihr geht hier in Apps hinein. Und dann geht ihr hier unten auf Apps verwalten, unten links. Dann klickt ihr da drauf. Und dann seht ihr hier schon den Bereich App hochladen. Dann sagt ihr eine App für meine Organisation. Vorausgesetzt, es ist natürlich freigeschaltet. Und dann könnt ihr hier oben in dem App-Package, was ihr euch heruntergeladen habt, hier App-Package, einmal Doppelklick. Und dann seht ihr hier die einzelnen Apps, die es gibt. Und wenn wir jetzt mal hier beispielsweise die, nehmen wir mal die Boards-App. Und dann habt ihr hier immer den Teams-Custom-App-SIP. Das ist quasi die Teams-App, die ihr dann implementieren könnt. Machen wir mal. Und ihr seht hier auch immer eine Dataverse-Solution-SIP. Das ist diese große App, die ihr direkt in Power-Apps implementieren könnt als Solution, also als Lösung. Und dann steht sie euch unternehmensweit zur Verfügung. Bedingt aber eine Premium-App. Kann ich hier direkt draufklicken, öffnen. Sollte hoffentlich relativ schnell gehen. Da ist sie. Open-Source-Boards. Central Place for Organizing Things in Microsoft Teams. Könnt ihr draufklicken. Ach, die App wurde nicht gefunken. Leider gerade ein Problem. Hat bei mir gestern tatsächlich auch nicht funktioniert. Da gab es aber auch, hatten wir letztes Wochenende schon beim Global Power Platform Bootcamp. Gibt es momentan ein paar Probleme. Ihr könnt aber nichtsdestotrotz die App auch unternehmensweit ausrollen und dann entsprechend nutzen. Gibt es Fragen? Die Booking-App von April Dunham in GitHub ist auch super. Genau. Es gibt auch noch sehr viele tolle Community-Apps. Die waren heute nicht im Fokus. Da ist die Zeit einfach zu kurz. Vielleicht machen wir beim nächsten Power Summit eine Doppel-Session. Dann stellen wir auch noch ein paar Apps aus der Community vor, Thomas. Thomas sei schon. Christian. Können wir mal gucken. Ja, ich sehe hier einen Daumen hoch. Kein Problem. Genau. Gibt es ein Leitfaden für die Implementierung von Power Apps in Teams? Ja, ach so. Herzlichen Dank. Zeige ich euch auch nochmal. Wollte ich euch ja schon zeigen. Hier, wenn ihr auf der GitHub-Seite seid von Microsoft, in diesen Power Apps Templates, dann findet ihr nicht nur Liter oder ja. Mach hinne hier. Was hast du mit dem Internet gemacht? Ich bin in Deutschland. Ei, 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 ei. Der sagt mir, ich habe hier 5G, aber irgendwie, weiß ich nicht. 5G-Bach-Bereich. Ja. Seid ist nicht erreichbar. Ja, das ist ja ein Traum. Also ihr findet dort in dem GitHub-Repository einmal jede App im Überblick und zu jeder App auch eine Dokumentation. Das heißt, ihr könnt dort genau reingucken. Das gibt es doch nicht hier. Was ist denn hier los? Ja, die ist doch noch. Die ist doch auch in der App. Ja, eben. Ich weiß nicht, wo uns liegt. Ja. Verrückt. Auf jeden Fall, ihr findet dort zu jeder App, also auch die drei, die ich euch vorgestellt habe, Bullitons, Inspections und Milestones. Die Dokumentation, dort wird nochmal genau erklärt, wie ihr das einrichtet, wie ihr das customisen könnt, wie ihr das im Zweifel auch, wie das Ganze funktioniert auch, wie benutzt man diese Apps, was kann ich alles einstellen, welche Kategorien kann ich eintragen und, und, und. Nutzt gerne diese URL. Bei mir funktioniert die gerade nicht, aber das ist live. github.com slash microsoft slash teams minus powerapps minus app minus templates und dann solltet ihr eigentlich auf github landen und dort findet ihr dann das gesamte App-Package, was ihr dann nutzen könnt. Genau, also, ähm, das sind wirklich ganz, ganz tolle Vorlagen von Microsoft und es gibt natürlich, wie gesagt, aus der Community auch meinen, äh, meine, meinen Hinweis an euch, nutzt diese gern, probiert sie mal aus, auch wenn ihr sie in der Form ja vielleicht nicht nutzen wollt, vielleicht ist das eine super Basis für euer nächstes Power-App-Projekt innerhalb des Unternehmens, dass ihr vielleicht auch aus zwei oder drei Power-App-Templates, äh, euch jeweils die Komponenten rauszieht, die ihr für euer Projekt braucht, das braucht ihr dann nicht nochmal neu programmieren, weil das ist ja schon da. Also, ihr könnt das alles dann entsprechend in einer App zusammenführen und habt dann die super App. Und da, wenn ihr noch Fragen habt, gerne jetzt, ich bin noch ein paar Minuten da, ansonsten, ähm, meine, meine Kontaktdaten kann ich nochmal kurz einblenden, könnt ihr euch gerne mit mir vernetzen und, ähm, dann nutzt die QR-Codes für LinkedIn oder auch YouTube und dann könnt ihr gern bei mir eine Frage ablegen. Herzlichen Dank, dass ihr da wart und, äh, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Power-Summit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 福